Die Folge 189 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um die Frage, ob und wie Sie Ihren Chef kritisieren sollten. Keine ganz einfache Frage. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Als Führungskraft sind Sie meist in einer Sandwich-Position. Sie führen Mitarbeiter, Sie haben aber auch einen eigenen Chef. Auch der angestellte Vorstand oder der angestellte Geschäftsführer hat immer jemanden über sich, dem er Rede und Antwort stehen muss. Das ist für den Geschäftsführer der Vorstand in der Zentrale und der Vorstand wiederum hat den Aufsichtsrat und die Aktionäre, an die er berichten muss. So hat jeder Angestellte einen Chef. Wenn wir über Kritik sprechen, dann wird ja meistens von oben nach unten kritisiert. Der Chef gibt dem Mitarbeiter konstruktives Feedback, damit der weiß, woran er ist, weiß, ob er die Erwartungen erfüllt. Die Kritik soll dem Mitarbeiter helfen, sich zu verbessern, beziehungsweise das Verhalten den gewünschten Erwartungen anzupassen. Aber wie sieht es umgekehrt aus? Wie und wann dürfen, können oder sollten Sie Ihren Chef kritisieren? Da wir in einem Rechtsstaat leben, können Sie selbstverständlich Ihren Chef jederzeit kritisieren. Wann und wie Sie wollen. Zumindest, wenn Sie ihn nicht beleidigen, wird es keine strafrechtlichen Folgen haben. Es könnte allerdings sein, dass Ihr Chef Ihr Kritisieren nicht so gut findet und Sie deshalb Probleme im Job bekommen. Die Frage ist also nicht, ob Sie Ihren Chef prinzipiell kritisieren dürfen, sondern wie, wann und in welchen Situationen Sie das tun sollten. Und ganz wichtig, wozu? Wie bei vielen Sachen fragen Sie immer erst mal nach dem Warum, beziehungsweise dem Wozu. Wenn Sie Ihren Chef kritisieren wollen, was wollen Sie damit erreichen? Wenn Sie sich nur auskotzen wollen, also Das musste dem Chef einfach mal jemand sagen, so wie der sich verhält, so geht's ja nun nicht. Das ist vielleicht menschlich nachvollziehbar. Sie fühlen sich vielleicht sogar kurzfristig auch ganz gut dabei, Ihrem Chef die Meinung gegeigt zu haben. Aber das ist langfristig nicht wirklich sinnvoll. Jedenfalls nicht in dieser Art. Es ist nicht sinnvoll hinsichtlich Ihrer langfristigen Ziele. Das nehme ich jedenfalls an. Also, nochmal zurück zur Frage. Was wollen Sie mit Ihrer Kritik am Chef erreichen? Meist wird es doch darum gehen, eine positive Verhaltensänderung für die Zukunft zu erreichen. Sie wollen, dass Ihr Chef etwas tut oder etwas lässt oder es einfach anders macht. Ein verändertes Verhalten, was in Ihrem oder im Sinne der Belegschaft oder im Sinne des Unternehmens allgemein ist. Fragen Sie sich einmal, wann nehmen Sie Kritik von jemandem anderen an? Wann verändern Sie sich aufgrund von kritischen Äußerungen oder verändern Ihr Verhalten? Ich nehme an, das geht Ihnen wie mir. Sie hören nur auf Personen, wenn Sie darauf vertrauen können, dass diese Person es mit Ihrer Kritik an Ihnen ehrlich meint und dass diese Person Sie nicht einfach nur zu Ihrem Nutzen manipulieren will. Wenn Sie also wollen, dass sich Ihr Chef ändert und Sie ihm kritisches Feedback geben, dann wird das nur Früchte tragen. Ihr Chef wird, wenn überhaupt, nur etwas ändern oder sein Verhalten ändern, wenn Ihr Chef Vertrauen zu Ihnen hat. Vertraut Ihr Chef Ihnen? Wenn nicht, sollten Sie daran arbeiten. Daran arbeiten, dieses Vertrauen aufzubauen. Das braucht Zeit, ist aber ein gutes Investment. Sie müssen nicht der beste Freund Ihres Chefs sein oder werden. Ihr Chef muss aber das Gefühl haben, dass Sie ihn als Vorgesetzten 100% akzeptieren und dass Sie loyal zu ihm stehen, selbst wenn Sie in bestimmten Situationen anderer Meinung sind als er. Ihre Einstellung zu ihm, also zu Ihrem Vorgesetzten und Ihr Verhalten in der Öffentlichkeit, wie auch ihm gegenüber im persönlichen Gespräch, die sind entscheidend. Es geht um Vertrauen und es geht um Loyalität. Wie bauen Sie nun Vertrauen auf? Machen Sie sich glasklar, welche Erwartungen Ihr Chef hat und übererfüllen Sie diese. Belastbares Vertrauen bilden Sie, indem Ihr Chef positive Erlebnisse einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Ihnen verbindet. Seien Sie dabei immer absolut loyal. Reden Sie nie schlecht über Ihren Chef, selbst wenn er nicht dabei ist und, glauben Sie mir, ich weiß, von was ich spreche, selbst wenn es schwerfällt. Wer loyal ist und Vertrauen aufgebaut hat, der hat auch eine gute Chance, seinem Chef Vorschläge zu unterbreiten, die der wiederum wohlwollend prüft und vielleicht sogar annimmt. Ja, aber mein Chef, das ist ein Idiot. Wenn Sie wollen, dass Ihr Chef Ihnen vertraut, dann sollten Sie daran arbeiten, Ihren Chef so zu akzeptieren, wie er ist. Sie müssen seine Schwächen oder Macken nicht gutheißen. Sie müssen sie aber hinnehmen und Sie sollten versuchen, diese Schwächen oder Macken, ja, etwas Positives abzugewinnen. Mensch, Kirob, wie soll das denn gehen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier. Auf die linke Seite schreiben Sie Punkt für Punkt die Schwächen und Macken Ihres Chefs. Da können Sie sich mal so richtig austoben. Und auf die rechten Seite, da schreiben Sie seine Stärken. Ja, mein Chef, der hat keine Stärken, da steht ja da nix auf der rechten Seite. Falsch. Jeder Mensch hat Stärken. Jede Schwäche hat auch positive Seiten. Ich gebe Ihnen da mal einige Beispiele. Nehmen wir an, Ihr Chef ist der aufbrausende Typ. Der ärgert sich lautstark, wenn ein Projekt schiefläuft. Und vielleicht vergreift er sich in solchen Situationen auch dann im Ton den Mitarbeitern und auch Ihnen gegenüber. Ich will das nicht entschuldigen. Das ist natürlich kein korrektes Verhalten. Ein Chef sollte so etwas nicht tun. Aber zumindest zeigt es Ihnen, dass Ihr Chef engagiert ist. Er ist interessiert an den Ergebnissen Ihrer Arbeit. Sonst wäre es ihm ja egal. Sonst würde er sich ja nicht aufregen. Vielleicht glauben Sie, das sei selbstverständlich. Das ist es aber nicht. Sie können auch an einen Geschäft geraten, dem alles egal ist. Das ist auch nicht schön. Also in einem solchen Fall können Sie als Schwäche zwar festhalten auf der linken Seite. Mein Chef verhält sich mir gegenüber manchmal aufbrausend und vergreift sich im Ton. Steht auf der linken Seite. Aber gleichzeitig bedeutet das, mein Chef ist engagiert und interessiert an meiner Arbeit und an dem, was ich tue. Er nimmt sich Zeit für mich und beschäftigt sich mit den Ergebnissen meiner Arbeit. Das ist doch was Positives, oder? Also schreiben Sie es auf die rechte Seite. Wenn Sie sich über einen Chef ärgern, weil er Sie micromanagt, dann kann ich sehr gut verstehen, dass Sie das nervt. Das ist ätzend. Eine gute Führungskraft sollte die Mitarbeiter nicht micromanagen. Aber auch hier, was wäre denn eine positive Deutung des Micromanagens? Es könnte sein, mein Chef ist sehr gewissenhaft. Das ist positiv, gehört auf die rechte Seite und das kann in bestimmten Situationen durchaus sinnvoll und hilfreich sein. Also kommt es rechts auf die Liste der positiven Eigenschaften bzw. Stärken Ihres Chefs. Worum geht es bei dieser Übung? Und diese Übung sollten Sie wirklich, wenn Sie also unter einem Chef leiden, machen Sie das mal. Setzen Sie sich hin in einer ruhigen Minute, nehmen Sie ein Blatt Papier und gehen Sie mal so vor. Und stoppen Sie nicht, bevor Sie nicht an mindestens fünf oder sechs Stärken Ihres Chefs herauskristallisiert haben. Ärgern Sie sich nicht über die Schwächen. Es ist verlorene Liebesmüh. Fokussieren Sie auf die Stärken. Denn Sie werden die Persönlichkeit Ihres Chefs nicht ändern. Sie können aber Ihre Einstellung zu ihm ändern. Und das wird dazu führen, dass Sie sich anders verhalten Ihrem Chef gegenüber. Und Ihr Chef wird das über kurz oder lang bemerken. Bewusst oder unbewusst. Er wird merken, dass Sie ihn als Chef akzeptieren. Und jetzt haben Sie zumindest die Chance, dass er Ihnen zuhört. Und Kritik, wenn Sie sie wertschätzend und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort anbringen, dass er diese Art von Kritik zumindest drüber nachdenkt und vielleicht sogar auch annimmt. Ich denke, es ist wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass man die Aktionen anderer Menschen nicht wirklich kontrollieren kann. Was Sie aber sehr wohl können, ist Ihre Emotionen und Ihre Reaktion darauf zu kontrollieren. Es ist Ihre Entscheidung, wie Sie mit der Unfähigkeit Ihres Chefs oder mit ungehörigem Verhalten Ihres Chefs umgehen. Wenn Sie also Vertrauen aufgebaut haben und sich auch sonst loyal zu Ihrem Chef verhalten, dann können Sie Ihrem Chef sehr wohl kritisches Feedback geben. Ich habe das immer wieder erstaunt aufnehmen können, wie man das auch bei absoluten Alpha-Tieren machen kann, unter vier Augen, wenn die Leute Vertrauen zu haben. Da kann man Leuten Sachen sagen, wo man denkt, wow, das hätte ich nicht gedacht. Wenn Sie also Vertrauen aufgebaut haben und sich auch sonst loyal zu Ihrem Chef verhalten, dann können Sie Ihrem Chef sehr wohl auch kritisches Feedback geben. Dabei sollten Sie natürlich die üblichen Feedback-Regeln beachten. Darüber habe ich schon mehrfach hier im Podcast gesprochen. Und diese Feedback-Regeln gelten natürlich bei der Kritik am Chef besonders. Gehört, kritisieren Sie nichts, was Ihr Chef nicht ändern kann. Denn Ihre Kritik sollte konkret sein und nicht so verallgemeinernd. Beschreiben Sie eine Situation so, wie Sie sie wahrgenommen haben, aber beanspruchen Sie nicht, objektiv zu sein. Kritisieren Sie nur unter vier Augen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und Ihr Feedback sollte möglichst zwar zeitnah erfolgen, aber meiner Einschätzung nach ist es noch wichtiger, dass Ihr Chef in dem Moment dafür auch offen ist. Das bedeutet, der Zeitpunkt für Kritik muss passen. Also wenn Ihr Chef gerade vernommen hat, dass Ihr Unternehmen einen großen Auftrag verloren hat, dann macht das keinen Sinn, ihm in dieser Situation auch noch kritisches Feedback zu geben. Übrigens, kein Mensch mag es, wenn er nur kritisiert wird. Deshalb gilt für das Feedback an den Chef das gleiche wie auch beim umgekehrten Feedback an Mitarbeiter. Jeder hört auch einfach mal gerne ehrliches, positives Feedback. Dinge, die man einfach richtig oder gut gemacht hat. Auch Vorgesetzte brauchen positive Bestätigung. Ich meine damit nicht schleimen, sondern ehrliche Rückmeldungen zu einem konkreten positiven Verhalten. Ich habe für Sie noch sieben entscheidende Tipps zum Thema, wie Sie Ihren Chef führen können. Diese PDF-Checkliste erhalten Sie gratis, wenn Sie auf die Shownotes gehen und dort mir Ihre E-Mail hinterlassen. Ich schicke Ihnen dann die Checkliste umgehend per E-Mail zu. So, das war es mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos und Links zu dieser Folge gibt es in den Shownotes und die Shownotes gibt es unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 189 Führen mit U-E Übrigens bis zum 31. Oktober 2017 gibt es noch das CEO Starter Set zum Einführungspreis. Beim CEO Starter Set handelt es sich um ein Masterclass Lernpaket für Führungskräfte. Executive Business Coach Gudrun Happig und ich zeigen darin, worauf es beim Führungswechsel in die Geschäftsleitung wirklich ankommt. Feedback und Kritik in den Top Etagen ist da natürlich auch ein Thema. Ja und der Kurs ist auch empfehlenswert für Leute, die noch nicht in der Geschäftsleitung sind, die aber wissen wollen, wie die da oben so ticken und wie das da so abgeht. Wenn Sie wissen wollen, worauf es bei Führung auf der Top Ebene wirklich ankommt, dann ist der CEO Starter Set das Richtige. Schauen Sie einfach mal nach unter www.ceostarterset.de oder gehen Sie einfach in die Shownotes, dort finden Sie alle weiteren Links. Übrigens, wenn Sie auf die Seite ceostarterset.de gehen, können Sie auch gratis Ausschnitte aus der ersten Audio Lecture sich anhören. Zum Schluss darf jetzt das inspirierende Zitat natürlich nicht fehlen. Es kommt heute von Winston Churchill. wo Chef und Stellvertreter immer die gleichen Ansichten vertreten, ist einer von ihnen überflüssig. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Untertitelung des ZDF,